Heute üben wir für Goethe B2 Schreiben Teil 1. Wir schreiben einen Forumsbeitrag zu einem bestimmten Thema und wir müssen mindestens 150 Wörter schreiben. Ganz wichtig ist, wir brauchen eine Einleitung und einen Schluss und in der Mitte einen strukturierten Text. Heute schreiben wir zum Thema Umweltverschmutzung durch Plastikverpackungen. Wir müssen konkret über vier Punkte etwas schreiben. Punkt 1. Äußern Sie Ihre Meinung zu Plastikverpackungen im Alltag. Was ist deine Meinung? Das müssen wir hier schreiben. Punkt 2. Nennen Sie Gründe, warum Plastikverpackungen so verbreitet sind. Gut, warum sind überall Plastikverpackungen? Darüber müssen wir schreiben. Punkt 3. Nennen Sie andere Möglichkeiten, Dinge im Alltag zu verpacken. Wir müssen Alternativen auflisten statt Plastik. Nummer 4. Nennen Sie Vorteile der anderen Verpackungen. Jetzt müssen wir noch ein paar Vorteile der anderen Verpackungen nennen. Und das ist der Text. Unten brauchen wir noch einen kurzen Schluss. Also los geht's. Ich beginne jetzt mal mit Sehr geehrte Damen und Herren oder wenn du in einem Forum bist, kannst du auch sagen Hallo an alle Forumsmitglieder oder Hallo an alle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt brauchen wir eine Einleitung. Hier kann ich schreiben. Einleitend kann man sagen, dass Plastikverpackungen ein fester Bestandteil unseres Alltagslebens geworden sind. Das ist so die Einleitung. Also du nimmst ein Wort wie einleitend oder zu Beginn. Egal in welchem Bereich der Industrie, Plastik ist so verbreitet wie fast kein anderes Material. Leider produziert dies eine immense Menge an Müll. Das heißt, du beschreibst einmal die Ausgangssituation. Das ist die Einleitung. Und du kannst auch deine Meinung dazu sagen, im nächsten Satz zum Beispiel, meiner Ansicht nach oder meiner Meinung nach, kann es aber so nicht weitergehen. Und etwas muss sich grundlegend ändern. Das heißt, du präsentierst deine Meinung. Du sagst, so kann es in Zukunft nicht weitergehen. Und auf der anderen Seite fängst du jetzt an zu diskutieren. Und es ist auch wichtig bei B2, dass du verschiedene positive und negative Punkte abwägst und viele Strukturen, die unterschiedlich sind, in den Text integrierst. Zum Beispiel sagst du, es ist jedoch verständlich, also eine Umkehrung, Es ist jedoch verständlich, dass die Umstellung auf ein anderes, umweltfreundlicheres Material nicht einfach zu verwirklichen ist. Denn Plastikverpackungen sind sowohl eine günstige als auch praktische Wahl für die Industrie und den Konsumenten. Also ein paar Schlüsselwörter sind. Jedoch oder sowohl als auch diese Strukturen bitte auf jeden Fall in B2 benutzen. Nächstes. Jetzt strukturierst du weiter. Für die Unternehmen rentiert es sich selten, auf ein anderes Material umzusteigen. Das heißt, du siehst, du präsentierst ein Problem, dann vielleicht Lösungen für das Problem oder Gründe für das Problem oder noch irgendeine Verbindung zu einem anderen Punkt, zu einem anderen Gedanken, den man damit machen kann. Der nächste Absatz. Mittlerweile gibt es aber durchaus interessante Alternativen. Jetzt beginnst du, über die Alternativen zu sprechen. Zum Beispiel Tüten aus Maisstärke. Das ist mal eine Alternative. Eine andere Möglichkeit sind Taschen aus Stoff. Gut, und jetzt können wir auch, jetzt haben wir die Alternativen genannt, über verschiedene Vorteile sprechen. Da viele Stofftaschen auch mit Mustern und Motiven schön gestaltet sein können, wäre das eine Möglichkeit, um die Konsumenten dafür zu motivieren. Also ich sage, okay, die Stofftaschen kann man auch sehr schön designen und das wäre mal ein Pluspunkt, warum man das benutzen soll, damit man auch weniger Müll produziert. Eine andere Möglichkeit wäre es, bestimmte Produkte in altem Zeitungspapier zu verpacken. Damit könnte man die Menge an Müll deutlich reduzieren. Das ist eben ein Schlüsselpunkt, warum man das machen soll, warum man die anderen Optionen nehmen soll. Und schließlich ist der Abschluss. Schließlich wird sichtbar, oder zum Schluss kannst du auch sagen, zum Schluss wird sichtbar, dass wir verschiedene Optionen haben, um die Ressourcen der Erde zu schonen. Das ist der abschließende Teil. Und jetzt kannst du am Ende, weil das in einem Forum ist, noch schreiben, ich freue mich auf ihre Antworten unter meinem Diskussionsbeitrag. Und damit hast du dann eine Einleitung, du hast vorher noch einen Gruß oder einfach eine Anrede, liebe Forum-Mitglieder oder so. Und am Schluss hast du dann, ich freue mich auf ihre Antworten. Und so kannst du Teil 1 im Schreibteil der Goethe-B2-Prüfung machen. Ich hoffe, das Video war nützlich und wir sehen uns in der nächsten Folge.